ja ja nur noch eine Nacht, ne? War schön, dass du da war. Na bitte! Hat doch mal geklappt hier! Was hab ich denn? Natascha! Ja gut, du kannst ja nie erwarten, dass irgendwas sinnvolles ist, oder? Achso, Moment, Peter, ich hab ja, ne? Nur so, ich hatte vor nicht der Tasche. Wir haben nur gedacht, wir finden in der Tasche. Ja natürlich, jetzt haben wir ja gewonnen. Was wirst du jetzt? Okay, dann mach ich, wenn ich tu, dann direkt in die Idee. Na, hattet ihr die selbe Idee? Oh, dann sterb schnell. Ja, ich helfe nur kurz, den mittleren Punkt zu kriegen. Ah, okay. Boah, ich schieß noch auf mich. Gut, dass er daneben geschossen hat. Dieser Kritz. Aua! Achtung! Ach, Elvis. Der Versuch war nicht schlecht. Jawoll! Was ist das, ihr sehn? Ja, der... Ja, der... Achtung! Da hab ich den ersten Elk rennen lassen können! Jetzt bin ich hoch! Da ist der Elk. Ich bleib zu vorne hier an dem Sponnstrand, ne? Jup, jup, jup. Bin gleich da. Wow! Du, Magi hat deine Pickelhaube geklaut. Ich bin ja persönlich dagegen, ne? Magis Pickelhaube? Der hat deine Pickelhaube geklaut, ja. Toco riecht nach Magi. Hab ich das gesagt. Ich mach das schon den ganzen Tag. Ja, einen von Elvis riecht nach Magi. Toco hat überhaupt kein Deo. So, wo wirst du? Ich laufe, aber wir haben kein Deo. Oh, jetzt geht's aber los. Jetzt kommen sie. Toco. Ach, du meinst doch auch einen Renji? Ja, aber wen denn? Wir haben halt die Nutte. Äh, den Natter, meine ich. Ja, der müsste eigentlich gut sein. Boah! Wär schon Natter heißt, weißt du? Ein Gemetzelmetzelmetzelmetzel. Oh, dann will doch nur, dass wir nichts sehen hier. Bleib mal drauf. Ey, wieso ist der Teleporter doch nicht fertig? Echt ey! Laufen ey! Ich hab so sehr gemeint, das geht gar nicht. Dann schieß zurück, verdammt! Ach so! Ich hab invites mir in meinem Team vielleicht irgendwie ein heavyer Mann. Ich heige Dich noch schon die ganze Zeit. Du bist voll. Das sagt denn, jetzt. Ach so. Jetzt mekkat doch schon den Lüdi an. Lüdi, change. Also dafür, dass wir nicht drauf stehen haben wir den Punkt Nuller Obertsfarbe, ne? anything. Vorwärts, Attacke. Nee, da zielt ein Sniper auf uns. Okay, dann lass uns nicht durch die Garage gehen. Die beiden können ja den Job überleben. Oh, gut App-Clar, mir nach. Sehr guter Plan. Lumpy, du hast gerade Toco allein gelassen. Na, na, hat er nicht. Nee, nee. Bin ja da, wo Lutz ist. Jetzt, jetzt, jetzt. Nicht in der Garage. Hinter dir, massenhaft. Ah, nee, 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 noch nicht. Nee, 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 nee. Komm zurück, komm zurück, dann überlebst du. Vergiss es, ich will auch. André, dann überlebst du, war mir in dem Falle scheißegal. Ja, war es schön, aber dann überlebst du. Und wenn du überlebst, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich überlebe. Ach so, verdammt. Ich bin da, André, wo bist du? Ich benutze einen Teleporter. Was, du nutzt einen Teleporter? Dann kommst du gleich hier irgendwo raus. Der ist Level 1. Danke, mein bester Freund. Geh mir rein. Was für ein Gemetzel. Hey, ich mach hier nicht lauer. Komm, vor, vor. Ich hab gehört, die haben da gemetzelt. Das Gemetzel ist in der anderen Richtung irgendwie. Na. Oh, scheiße, Demo ist ohne Ende. Ja. Das war gut, Toco. Das war richtig gut. Vor allem, wie lange wir überlegt haben hinter den euren Gascontainern. Hinter dir. Ach, fuck. Ja, in so viele Richtungen kann ich nicht gleich. Oh, schneller. Ja, wie viel hast du denn noch? Alter, echt? Wie viel hast du denn? Tausend Mark ausgegeben. Alter, echt? Wie viel hast du denn? Ah, nee, Medic. Ist doch das in dem. Oh, nein. Oh, nein. In Geschenke-Laune. Ich benutze ein Level 3 Teleporter. Bin da. Lass uns irgendwas töten. Ja, fahr. Ich muss noch ein bisschen Medic holen. Einen. Einen ist gut. Nächster. Zwei. Weiter. Boah, zur rechten Zeit gekripzt. Links. Das Team funktioniert heute richtig geil. Also bisher. Aber wenn wir erstmal in die Mitte zurückgedrängt werden, ich glaube, dann ist es wieder so ein... Ich war... Nee, haben sogar eine. Ich gehe ja weinen hier. André, ich bin gleich wieder da. Ja, jetzt wollen wir die ganze Scheiße und die Heavis gewinnen. Wo bist du? Ich heil gerade Lumpy. Kannst du mal aufhören, fremde Leute zu heilen, die wir gar nicht kennen? Los, Togo, auf geht's! Okay, mal ran! Na, löst dich. Ja, lass mal. Okay, ich werde gehypt. Du hast... Trinkt gar nicht mehr, Tore. Am Ende war es für das Ziel. Ei, ei, ei. Frisch, komm! On the point! Ich bin mir die Luft gefroht. Wow, das ist zu viel. Da kannst du nichts machen, ne. Fast aus dem Map raus. Ich stehe dir direkt in meinem linken Respawn. Das ist so übel. Aber wir haben schon viel, ja, Obed. Jetzt müssen die Leute nur draufgehen. Da sind... Ja, immer wieder ein bisschen drauf. Immer wieder ein bisschen drauf. Ah, wir sind schon drauf! Ja, toll. Jetzt klaut mir mein eigener Predigt den Scheiß-Dene vor, ne? Was? Nein, was ist jetzt los? Gerade lag gewesen, oder so, ne? Ja, ich bin mir eh. Ich bin rein im Backel. Wir hatten keine Chance.